Was ist für mich im letzten Lebensabschnitt mit 79 Jahren wirklich ein Erfolg, was da fertiggebracht worden ist? Ich habe mich entschieden, Implantate machen zu lassen und das war die richtige Entscheidung. Man kommt hier rein und Sie sollen ruhig wagen den Schritt und den Anfang hier machen und es gibt immer Möglichkeiten, dass hier geholfen wird.